So ging es hier raus? Oh ja. Neuer Bauplan, Nahrungsdüchter. Yay! Ich muss dich immer verhungern. Also. Eventuell kann es sein, dass ich da vergesse, was reinzufangen. So. Okay. ... ... ... ... ... wohnabteil ecke die beleuchtung ist doch ziemlich die ps-satellit 1 wieso sollte ich denn hier eine beleuchtung machen ist noch jetzt okay möchte ich machen als aluminium und wasserflasche wo ist denn da vorne dann nehme ich meine aubergine habe ich ja nicht so viel die genenballat auberginen süppchen aber sieben auflaufen wo sie ein puding und johol und musik wahrscheinlich als samenzug zu bekommen wachstum 30 wird es eine super aubergine oder wenn einfach mehr aubergine draus ich bin gespannt wird das eigentlich rausziehen hier und mir die größeren dahin stehen meine kleinen auch ganz schön mit mir wieder los kein strom oder was die windkraftanlage muss getrun die sonnenkollektion bringt ja nur wenn man mit dem tag ist ich glaube ich noch ein bisschen was ist das eigentlich da war ich noch nie drauf bei die zwei hier mehr produktion ein jetzt macht man die produzieren ich wege sie die nacht gar nicht drauf aus und dann brauche ich dann mehr sonnenkollektion bei sonnenkollektion bringt mehr als sieben wind noch wasser irgendwie nicht okay sonnenkollektion möchte ich noch mal messen das große reisen dominio was brauchte ich doch noch mal muss noch extra das was das war ja mal hier konnte ich nichts mehr bauen bett wollte ich noch bauen oder bräuchte ich war es tatsächlich in die sonnenflikor wo ist das aluminium Oh, ich bin es. Und dann... Das nächste Mal reißen. Was ist das? 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 Ich würde mir gerne oben einen Raum bauen, um zu schlafen und chillen und so. Dann brauche ich. Eisen, 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 die kamen. Was ist das? 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 Inbauen? Was ist das? 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 Und? Und? Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ist schon schick, ne, was da mit dem Schnaub, der da runterkommt. Wohl nach Schnee. Hier wächst sogar ihr Ridium. Das heißt, sie wächst. Hey, wächst sowas? Weiß ich nicht. Kristalle wachsen, ne? Ridiumkristall? Hm, dann gibt's nur Aluminium. Ah ja, ich glaub, hier nehm ich so ein Aluminium mit. Oder ansonsten. Was haben wir noch hier? Was ist denn das da? Ist das Eis? Okay. Guck mal. Läuft nicht richtig. Hm. Schöner Felsendom hier. Troll. Troll. Ich will da über die Brücken gehen. Ah, hier. Hallo. Uran. Essen. Essen nehme ich mit. Ja, lass das da mal drin. Ansonsten nehme ich jetzt noch zwei Kobold mit und dann gehe ich nach Hause. So. Jetzt hier eventuell noch eine Kiste hier hinten. Nee. Ich würde das Irina gar nicht abholen wollen, ne? Das ist das roten Leuchten weg. Sieht doch schön aus. Guck mal. Hüpf. Ah, hier hinten, guck mal, ist sogar eine Rampe. Ja, ich bin, äh, bin ich so offensichtlich den Weg gegangen. Ich bin voll, ne? Aber ich gucke kurz hier mal hier, ob da noch Kisten sind. Sauerstoff habe ich noch da. Das ist hier der Durchgang zu dem Raumschiff. Hallo. Guck mal, gehtscht? da ist noch eine kiste hätten wir da noch mal essen drin und dann habe ich das eisen hier kurz dann habe ich jetzt zwei von diesen legierung und ich könnte meine ich so schön was ich hier drinnen nicht irgendwann aufbauen ich glaube ich ziehe in die höhle ist mir auch sicher von dem etroiden hier war schon der ausgang da freue ich mich auch ein ausgang äh ja Jetzt muss ich was essen. Ich habe eben geguckt, ob ich noch was zu trinken habe. Aber das habe ich leider nicht. Aber das schaffe ich noch. Das nach Hause. Ich glaube, ich werde umziehen. Ich glaube, ich werde in diesen Felsen-Dom nahe ziehen. Nach Moria. Ich werde in den hübschen Moria ziehen. Dann. Ja. Moria ist doch, wie ist doch das da, wo die Zwerge wohnen. In Herr der Ringe. Ist das nicht Moria? Oder ist Moria, wo der Sauren wohnt? Hier, jetzt will ich es nicht. Das ist gut. Den Schrank habe ich erforscht. Schön. Ich habe da einen schönen Bauplatz gefunden. Ich glaube, ich werde umziehen. Also nicht. Also nur, weil es hübsch ist. Also jetzt ernsthaft. Ich finde es da hübsch. Und sonst wäre ich mir hier in die Wohnung geblieben. Und ich weiß ja nicht, dass hier was passiert. Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht. Aber das ist so schön. Ich werde in die Wohnung, in die Höhne ziehen. Kann ich den Himmel sehen? Ich bin eigentlich ein Höhlenbewohner, auch in der Realität, ne? Ich gucke den Himmel nicht. So, wir haben zwei Legierungen. Da ist noch was trinken. Ja, komm. Dann nehme ich die Legierung schon mal hier. Komm her. Das da und das da packen wir rein. Ja, hier könnte ich ja nochmal so einen Sauerstoffzahl überhaupt bauen. Und dann haben wir Stoff. Ne, ganz viel Aluminium. Das haben wir. So, da habe ich nur zwei. Und dann machen wir Stoff. So. Und essen. So. Oh, das ist voll. Kommt das da rein. Okay, was brauche ich denn hierfür? Was? Mal checken. Ehm. Und zwei Stoff. Das habe ich doch. Und nochmal und zwei Stoff. Ja. Dann ziehe ich das aus. Und bewege die ganze Stiebe. T2. Geh her. Yay. So. Kurz mal austesten die Stiebe. Ja, schon ein bisschen stiller. Nice. Hier brauche ich auch eine Superlegierung. Habe ich jetzt leider nicht mehr. Muss ich warten, bis ich wieder was finde. Das andere habe ich. Den habe ich schon, ne? Den T3. Nee. Oh ja. Den T3 habe ich noch. Jo. Exoskelett. Habe ich das Exoskelett? Nee, da habe ich nur eins. Eigentlich das. Habe ich schon mal geguckt, ne? Habe ich vergessen. Wo ist denn? Wo ist denn? Ah, hier? Ah, okay. Ich hab das nicht als das erkannt, dass das... Weil das hier nicht in der Reihe angerottet ist. Das hier beschrieben. Oh, dann kann ich das doch bauen. Ich hab das erste, ne? Ja. Hm. Ich hab das nicht in der Reihe. Okay. So, dann kann ich den Kompass jetzt mitnehmen. Wo hab ich den? Achso, der ist doof. Okay. Ah, ja. Okay. Ah, ist westen. Nordwesten. Nordwesten. Aha. Achso, an Nordwesten. Okay. Nice. Okay, äh. Was noch? Ich glaub, sonst hab ich alles, ne? Hier hab ich alles. Das ist halt noch nicht. Wie sieht's mit dem Essen hier aus? So fertig? Oh, mit Gine. Ja. Ja. Der Herr, der steht 25. Soll ich die jetzt roh essen, oder wie? Das ist so ein Auflauf, hätte ich mit Dschungel wünscht, ne? Ich stell's wieder her. Aubergine, nur 25. Mensch. Ich stell's mal ein Kürbis rein. Oh, ich soll mitnehmen. Das dauert ja total lange, bis da was gewachsen ist. Und da kommt da nur eins raus. Und ich stell's nur 25 mehr her. Ich muss eine ganze Plantage von denen machen, ja. Das ist ja jetzt nicht so toll. Minium Eisen, Wasserflasche. Ich mach noch eins. Mir geht mich das Essen aus, ne? Hier, kann ich gleich verzehren. Wow. Ja, da kommt vielleicht so Nahrungsmittelteile raus. Piction. Intravenös. Ja, das mach ich gleich mal. Oh, ich hol's hier. Ich hol's noch so eins. Das ist in Aluminium. Eine Wasserflasche. Wo brauch ich das denn jetzt hin? Ich hab hier bald keinen Platz mehr, ne? Aber hier passt nur eins hin. Komm ich dann da noch vorbei. Hier, hier passt noch eins hin. Oh. Und es wurde Nacht. Ja, ist sie. Das ist drin. Ähm. Ich würd noch ein Sonnenprojekt vorbauen. Ich hab kein Kobold mehr. Ich meine... Ach, warte mal. Kobold hab ich noch. Nur eins. Also brauch ich Kobold und... Magnesium hab ich mich auch nicht mehr. Das mein ich eigentlich. Ich hab ein Kobold Magnesium. Bis jetzt, weil dunkel ist, kein Strom mehr. Wer ist mir doch grad hin? Ne? Nichts. Lebensstück. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020